Das ist Katja Mutschel-Knaus und ich stehe heute hier vor Julia Childs Lieblingsrestaurant La Superrica in Santa Barbara. Wir werden jetzt gleich reingehen und testen, warum Julia Child hier so wahnsinnig gerne essen gegangen ist. Wir sind jetzt hier in Superrica in der Küche und man sieht, dass sie alles ganz anders zubereiten, als wir das in Deutschland kennen. Zum Beispiel wird die Paprika hier direkt mit Käse gefüllt und gegrillt und dann wird alles ganz fein gehackt zusammen mit dem gegrillten Fleisch ganz schnell. Das schmeckt natürlich ganz anders und im Hintergrund macht die Köchin Tortilla ganz frisch, ähnlich wie indisches Brot. Und das finde ich auch total faszinierend, dass es so ähnlich ist. Wir haben gegrilltes Schweinefleisch mit Chili Belén. Mit gefüllten Paprika mit Käse und wir haben, ja was haben wir eigentlich? Wir haben irgendeinen Käse mit Paprika, der so leicht karamellisiert ist und Rocca Mousse. Und dann.